Hallo liebe Brautpaare, der Moment ist nun gekommen und ihr fragt euch, wie eure einmalige und unvergessliche Feier auszusehen hat und wer die Moderation übernimmt. Ich würde mich freuen, für Sie eine glanzvolle und individuelle Hochzeit zu organisieren, die immer in Erinnerung bleibt. Mein Name ist Dennis und ich arbeite da, wo andere Spaß haben. Untertitelung. BR 2018 Seit mehr als 16 Jahren beschäftige ich mich mit Organisation und Durchführungsvorstellungen. Die verschiedensten feierlichen Veranstaltungen in ganz Europa. Schwerpunkt liegt natürlich bei den Hochzeiten. Das Besondere an meinen Veranstaltungen ist die absolut ungezwungene, lockere und lustige Art, die feierliche Stimmung, die hundertprozentige Hingabe gegenüber den Kunden und natürlich keine perversen Spiele. Ich helfe Ihnen, Ihre sehnlichsten Wünsche und verrücktesten Ideen umzusetzen und freue mich auf Sie. Bis bald.